yo leute und herzlich willkommen zu einer kleinen runde call of duty mobile ich weiß es ist nicht in anführungszeichen richtiges cod aber ich finde es ziemlich geil ich spiele es auch schon recht lange deswegen habe ich mir gedacht nehmen wir das jetzt mal auf ja suchen wir ein spiel ich spiele bei dem mit controller xbox controller und schauen wir mal rein ich habe jetzt team deathmatch und abschluss bestätigt ausgewählt beides begriffe die euch eigentlich hoffentlich bekannt sein sollten und wir haben abschluss bestätigt okay ein fünf gegen fünf sollten wir hinkriegen so mein loadout wird auf jeden fall das hier ja bleib mal hier war ok abfahrt der ist weg ok ich muss meine umschaugeschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen ich sehe hier mit controller ist das erheblich leichter als wenn ich jetzt am display spielen würde finde ich zumindest gibt sicher auch leute die mit controller überhaupt nichts anfangen können und lieber auf display spielen aber naja perfekt nein easy ah jo meine ganzen klassen sollte ich mal einsetzen oh da habe ich jetzt einen ungünstigen standort gewählt für meinen hellstorm aber naja oh je stands ready na kommt schon leute da hinten werden mir welche angezeigt nein schade egal ich hocke mich mal hier rein boom ich muss sagen ich bin recht gut in cod mobile finde ich zumindest weil ich gewinne so gut wie jede runde hin und wieder gibt es natürlich auch runden wo mein team komplett ablust das gibt es jetzt nicht aber aber okay so das war jetzt hart belastend das finde ich halt ein bisschen scheiße dass man erst ab einer gewissen range zum gegner messern kann aber egal irgendwie kriegen wir es immerhin da zeigt es mir gegner an na komm schick mir noch ein paar auf den hals ich nehme es mit allen auf naja und was ich bei der woche ganz vergessen habe zu sagen ist tut mir leid dass jetzt eine woche lang kein video kam ich war auf urlaub mehr oder weniger bisschen familie besuchen war ein bisschen weit weg deswegen musste ich ein bisschen fahren und dort konnte ich halt nicht wirklich aufnehmen aber jetzt bin ich wieder zu hause und jetzt kann ich auch endlich wieder regelmäßig videos hochladen es freut mich und euch natürlich hoffentlich auch aber egal jetzt konzentrieren wir uns erst mal wieder aufs game und da hinten ist wieder einer und da war er so ich hoffe ich mal kurz hierher ich weiß man könnte jetzt sagen für ein kill ist so und als man gewonnen am hellstorm recht verschwenderisch aber ich würde sagen ich mache genug kills dass ich mir das leisten können und ich war sogar last kill bzw ich habe den last kill gemacht sehr schön ich habe das mal hier nach unten und stürzt nicht so sehr jetzt ich bin der mvp mit 5245 punkten unter zweitbester 1895 das sagt einiges aus ja la nächste runde das ist wieder abschluss bestätigt und ich schon mitten in der runde was will er denn jetzt oder gehen wir weg so kein gegner hier das finde ich recht belastend warum ist hier niemand auf der map wird mir gerade auch nichts angezeigt doch da hinten da hinten geht die luci ab na dann hat keiner gesehen ok da hinten sind es dann pilsch ich mich von hier an was macht ihr die deppen stehen voreinander und kriegen es nicht gebacken sich umzubringen so der nächste das war meine abschluss sie fotzen soll denn das wo es hat mir ok perfekt egal 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 kein ding fliege fliege und jetzt hellstorm nice beziehungsweise ist ja die predator rakete aber ist rein theoretisch hellstorm nice den haben wir niemand ok da hinten ein controller vibriert und ich weiß nicht wieso das finde ich recht scheiße es ist echt unglaublich manche spieler hier die kriegen es einfach nicht gebacken sich umzubringen und ich weiß nicht warum die alle so fucking stupid sind vielleicht haben die irgendeine scheiß verbindung oder so ich habe keine ahnung wobei ich jetzt sagen muss dass cod mobile keine so krasse verbindung benötigt ich bin mir kollege auch nicht in diesem leben kollege oh da ist eine ich hoffe jetzt einfach ich sterbe mal nicht perfekt das wollte ich nicht das wollte ich genau tja da bringt ihr weg laufen auch nicht recht viel kollege ok das war jetzt ein bisschen scheiße geämmt aber kein ding alles kein problem last kill so muss das yes ich habe 443 20 punkte und der zweite platzierte 1295 ok ok nice nice yes so dann schaue ich mal ob ich irgendwas ja ich habe was neues mp die faro was ok ok ja sieht schon nice aus kann man nicht sagen hm hm k9 einheit uff bullenangriff ballistische schild ja dann die k9 einheit würde ich sagen sehr schön ja jetzt haben wir die k9 einheit hier ich bleibe aber nach wie vor beim bei der sense schutzweste brauche ich nicht dann würde ich sagen das match noch und dann lassen wir es mal bleiben ja perfekt ich schon wieder eine runde mittendrin wo ist der haa war ok hinter mir sind sie gut zu wissen ok die sind gar nicht so schlechter sache muss man den lassen verdammt wer bringt mich denn die ganze zeit um der auf jeden fall nicht jo was geht denn mit dem typen alter so der ist weg nein diesmal nicht ja tot ist er oh fuck ne scheiße yes der havra fuckt mich leicht ab so mal schauen was er zu dem ding sagt ah perfekt er sagt gar nichts weil das match vorbei ist schade na egal ok dann würde ich sagen lassen wir es bleiben für dieses video ähm morgen kommt by the way eine neue folge von Gänsehaut und übermorgen kommt eine neue folge von MrHobbs Playhouse 2 seit gespannt ich bin sicher euch wird es gefallen und wir sehen uns bis dahin tschau leute macht's gut abonniere nicht vergessen und like da lassen deshalb D prata auch wie soll dass das